Weil das muss auf jeden Fall sein, ich kann ja auch mein Haus dann endlich mal mit ein paar Holzspitzen, äh mit ein paar Holzspitzen, dann werden wir auch für eine Expedition starten und mehr Eichenholz holen, weil ich glaube ich möchte mal ein Holzsicht mit Fichte bauen, aber vielleicht ein bisschen Birkenholz ja auch nicht verkehrt, wir haben hier so wenig Baumsorten, das ist schon echt strange, aber vor allem werde ich mir jetzt ganz viele von diesen Zimmermannsblöcken machen, weil ich finde die richtig, richtig geil, das sind einfach, einfach Hammerteile muss man sagen, oh Gott, meine Nahrung, meine Nahrung, ich muss auf jeden Fall zurück, bevor ich verhungere, das ist jetzt richtig, komm, komm, Hammer, ich habe Nahrung, auf Tasche gehabt und es ist dunkel, scheiße, und jetzt verliere ich Leben, nein, 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 ich habe keine Nahrung auf Tasche gehabt, glaube ich, komm schon, komm schon, komm schon, ich werde nicht sterben, ich werde auch nicht kampflos aufgeben hier, scheiße, 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 komm, hoch, 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 Twin Force, hoch, na komm, Alter, auf jeden Fall müssen wir auch an dem Weg arbeiten, ich habe noch keinen Weg nach oben gebaut und auch noch keine Haustür, aha, hier habe ich irgendwo Vorräte, irgendwo, irgendwo muss ich noch Vorräte haben, Ich habe nichts zu essen, ich habe nichts zu essen dabei, nein, Mann, verdammte Axt, ey, scheiße, alles weg, alles neu erkämpfen hier und ergaunen, ah, Mann, alles hier mal neu rausholen, ey, kriegst du ja einen Rappel, zack, 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 alles durch, so, fertig, weg mit dir, So, Grabstein in meinem Garten, hier geht gar nicht, so, ist ein Monster in der Nähe, nee, okay, wir brauchen, okay, es klingt echt creepy, wenn ich gerade ehrlich bin, Äh, hallo, hallo, okay, okay, es klingt echt creepy, ich möchte auf jeden Fall erstmal eine Tür hier einbauen und einen Weg, ich brauche eine Tür und einen Weg, so, Ähm, dafür brauchen wir die Tür des Zimmermanns, weil ich möchte auch die Tür variieren können, Tür des Zimmermanns, was war das denn jetzt, was habe ich da hingegeben? Das war auf jeden Fall kein Ü, Tür, Tür, was ist denn das, warum schreibe ich denn auf Ü so ein komisches Ding? Okay, halt und schalt, Tür, jetzt geht es wieder, Tür, Tür des Zimmermanns, amerikanische, das war zur Ruhe, hoch, lebe sie, nehme ich nicht, Tür des Zimmermanns, weiß, Bambustür, lol, wie geil ist das denn? Riesenbambustür, eisentliche Holztür, gab es hier auch so eine Garagentür oder sowas, da können wir so eine richtig geile große Tür hier reinbauen, Garagentür, ha, wusste ich es doch, Garagentür des Zimmermanns, nee, kann ich mir nicht einfach da reinziehen, das geht ja nicht, Block des Zimmermanns, da brauche ich die einfach ringsrum bauen und ich habe gar nicht genug Blöcke des Zimmermanns, So, zack, zack, was hat das denn jetzt hier, elf, fünf, 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 so, äh, dann Holz in die Mitte, Oh, jetzt echt, ich habe noch ein Holz, verdammt, das ist doch nicht sein Ernst, Geht das? Nein, natürlich nicht, oh, scheiße, oh, ich muss ja alles hier reinpacken, Hier kann man nicht so Auto-Crafting was auch machen, das ist ja richtig geil, Fichtenholz, so, rein mit dir, bam, Fichtenholz, so, ähm, dann wieder, Bambus, zack, 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 zack und dann, So, jetzt das in die Mitte, in die Mitte und dann holen wir uns alles, was geht, so, alles hier mitnehmen, So, und euch möchte ich jetzt einmal außenrum, wie viele kriegen wir denn davon, scheiße, Alter, Diese, Block des Zimmermanns sind echt teure Späßchen, so, das nehmen wir mit, so, dann bauen wir jetzt hier die Garagentür nämlich ein, Dann können wir uns eine relativ große, geile Tür einbauen, so, die bauen wir ein, Ähm, wie baue ich die denn, kann ich nicht einfach bauen, hallo, hallo, wieso kann ich die hier nicht einbauen, Ah, ich habe eine Vermutung, warum, ähm, ja, wahrscheinlich muss ich eine Höhe festlegen, so, zack, zack, rauf hier, Hü, was hat das denn bitte sehr, habe ich das Gas gerade geschlagen, Hü, 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 und zack, perfekt, perfekte, uah, wo, perfekte Mio, so, jetzt, ähm, hier, den haben wir wieder, Damit das ein bisschen breiter machen können, jetzt wird auf mich schon geschossen, Du, Pissenecke, wie bist du denn hier gespawnt, ich habe doch extra beleuchtet, das gibt's doch nicht, Komm her, du kleiner Pisser, ah, ich wollte schon sagen, das kann doch wohl, Und, ich habe hier extra beleuchtet, wisst ihr, und dann, dann kommen die Viecher trotzdem her, wie geht das, Na, fackeln dahin, so, Hü, 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 Okay, echt behindert beleuchtet, okay, aber so, so ist beleuchtet, es ist auf jeden Fall beleuchtet, so, Zack, du möchtest das ganz sein, ach, das ist ein bisschen zu niedrig, ne, Verdammte Axt, das wollte ich eigentlich eine Reihe höher machen, ähm, wo ist meine Axt, da ist meine Axt, ist hier, so, So, die Axt rein. Uh. Uh. Auffangen die ganze Scheiße. Oh Gott, Alter, ist das crazy. Alter, die wieder aufzufangen ist ja richtig riskant hier. So, auf neun. Zack, so. 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 Noch ein. Und noch eine. So. Das sollte die richtige Höhe sein für meine Garagentür. Ähm. Wo ist meine Garagentür? Da. Ich hab die zweimal? Hab ich die schon mal gebaut? Lol. Ah. Oh. Oh. Okay, aber ich hätt sie gerne auf der anderen Seite gehabt. Nicht so in mein Haus rein. Ah, verdammt. Ich hätt die dafür andersrum. Wahrscheinlich andersrum stehen müssen. Ach, so ein Rotz. Ähm. Die Axt. Aber erstmal haben wir eine Tür drin zumindest. Können wir uns so ne geile Glastür einbauen, oder? Kann ich da Glas draufsetzen? Kann ich da so richtig geil Glas drüber setzen? Ich hab gar keine Glasscheibe mehr, oder? Glas, Glas, Glas. Ich seh das immer so schlecht hier. Das Glas. Ne, hab ich gar nicht mehr. Da mach ich's gebrannt. Dann können wir hier. Ah, zack, 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 zack. Und die Hälfte. So. So, ich möchte die auch nochmal heransetzen. Zack, so. Und den wieder zurück. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier Glasscheiben. Die sieht man aber... Ey, Alter, guck dir das mal an. Die siehst du fast gar nicht im Menü. Die sind ja fast unsichtbar. Ich setze Glas rein und das Ding wird... Lol. Also, das hätte ich jetzt... Und weg. Das hätte ich jetzt eigentlich gesagt nicht erwartet. Ich glaub, ich leg mir mal kurz schlafen, weil ich kann überhaupt... Ja, toll, aber wie mach ich denn die Tür wieder zu? Na, super herrlich. Ähm, ja. Ja, ganz herrlich. So. Jetzt möchte ich gerne hier das Muster wieder rausdonnern. So. Und, ähm, hier auch Glas. Glas. So, und jetzt möchte ich gerne noch ein paar Dings haben. Ein paar Schalter. Ähm, wie war denn ein Trittschalter? Das war doch gewesen hier alles mit Holz. Ach, nee, da war es schon. Haha. Weg. Druckplatte. So. Druckplatte. So. Eins. Ha. Nicht hübsch. Ah. Schon hübscher. So, dann hier die Glasscheibe ran. Da auch eine Glasscheibe ran. Aber wieso sehen die nicht anders aus dort oben? Als die. Zumindest ist das jetzt... Uh. Oh. Alter. Wo kommst du denn her, du Pisser? Alter, ich hab die gar nicht gesehen. Lol. Lol, 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 Leute. Wo kam der denn her? Verdammte Axt. Wir sollten doch die Bude dicht machen. Und dann lieber die Tür gleich benutzen. So. Jetzt sollte die Bude dicht sein. Hier sollte keiner mehr hochkommen. Jetzt müsste ich mich schlafen. Ist Monster ein, nein. Ich kann immer noch nicht schlafen gehen. Also ich muss erst mal wissen, warum seht ihr da oben so komisch? Ah, schon besser. Aber dennoch steht ihr mir in meiner Bude drin. So, ist doch ganz nett. Ich dachte eigentlich rahmenlos. Aber naja. Besser so als gar nicht, ne? So. Können wir noch ein paar lustige Muster reinritzen. Ja, aber sind nicht hübsch. Lassen wir mal. Lassen wir mal den Spaß. So. Okay. Dann können wir ein paar Druckplatten bauen. Und zwar hier. Eins, zwei, drei, vier. So. Zack. Lauf hier ins Inventar. Ihr Bein nehme ich mit. Ich brauche ihn nämlich jetzt hier vorne. Ich finde, das cool ist, dass die Druckplatten immer eine Farbe beibehalten. Oh, fuck. Jetzt bin ich rausgerannt. Dabei ist es noch gar nicht Tag. Verpisst euch. Verpisst euch. Oh. Leck mich doch am Arsch, Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Was wollen die Viecher von mir? Hm? Wollt ihr kämpfen? Könnt ihr gerne haben, ihr Pissnelken. Meine Fresse, ey. Das ist doch wohl nicht wahr. Ähm, so. Was wollte ich jetzt machen? Ich würde jetzt eigentlich hier anfangen, einen Stich zu bekommen. Also, einen Eingangsbereich. Ähm. Ja, wie mache ich denn den? Wollte ich ja so ein bisschen erhaben. Voll verreckt, Alter. Voll verreckt. Den wollte ich ja so ein bisschen erhabener haben, ne? So, und ich sehe, ich bin gerade schon mal voll in der Überlänge. Egal, jetzt machen wir 30 Minuten und ich cut das einfach in der Mitte. Dann müsst ihr ja mitleben, dass ich die Folge einfach mittendrin beende. Aber das kommt ja bei den besten... Alter! Was ist denn hier los? Bei den besten Leuten ja auch mal vor. So. Zack. Zack. Ah, ich war gerade... Aha. So. Funktioniert. Passt, wackelt, hört Luft. Wenn es jetzt noch richtig rum wäre, wäre das richtig, richtig geil gewesen. Aber ist es leider ja nicht. So, ähm... Ja, habe ich noch genug Stickys? Ich glaube nicht. Sonst hätte ich mir noch mal ein bisschen was Geiles bauen können. Ähm, ne, gut. Dann werde ich jetzt erst mal... Erst mal, erst mal, erst mal, erst mal, ähm... Ähm, wo ist meine Axt? Ich sehe die Axt nicht. Da, meine Axt. So. Und dann werde ich jetzt erst mal ein bisschen Holz farben. Das war hier vor meiner eigenen Haustür. Ich werde mich diese Bäume hier wegreißen. Wisst ihr, wisst ihr, wisst ihr, was will ich mit den Bäumen hier? Die stören doch eh nur. Man, diese nutzlosen Dinger, diese, diese... Die man Menschen haben, weil diese Bäume für Sauerstoff und so. Ha! Sehe ich absolut nicht ein. Total sinnlos. Sauerstoff ist sowas für eine Zeitverschwendung. Wenn ich atmen will, dann gehe ich in den nächsten Baumarkt und kaufe mir eine Pulle O2, ja? Also dafür brauchen wir unbedingt Bäume. Das kann ich mir auch irgendwo kaufen. Sauerstoff. Ey, meine ich, diese Anfänger, die glauben, dass sie Sauerstoff brauchen. So richtiger Profi wie ich hier, der braucht sowas nicht. Der atmet einfach tief ein und spürt, dass er Luft ist. Und filtert das mit seinen eigenen Nasenharen. So hardcore muss das sein. So, äh, ja, jetzt räumen wir erstmal die Insel hier ab, ey. Ich freu... Ja, jetzt räumen wir erstmal die Insel hier ab. Kaputt. Ähm, ja. So viel dazu. Äh, jetzt muss ich auf mein Haus kommen. Ich komm nicht mehr auf mein Haus. Und vor allem sollte ich mir mal jetzt bessere Kisten bauen, weil ich hab entdeckt, es gibt nicht richtig geile Kisten hier. Nicht diese Gammelding... Oh, Twin Force, ne? Wir brauchen einen Weg da hoch. Ich glaub, ich brauch mir da so einen richtigen Sandweg hoch. Wisst ihr, so richtig so episch und mit Aufweg und so. Oder ich brauch mir eine Plattform. Schau mal, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil eigentlich möchte ich so eine Brücke haben, aber irgendwie, ich weiß nicht. Hm, ich glaub, ich baue mir hier noch so eine Anbindung an eine Brücke. Die kann ich mir irgendwie hier auf die Seite bauen und so richtig episch da drüber zimmern. So, äh, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Äh, genau, ich wollte an meine Kisten gehen, ein bisschen scheißlos sein. Ich wollte vor allem hier erstmal was reinwerfen. Hier wollte ich nämlich reinwerfen, gefarmtes Eisen 23. Alter, hat sich richtig gelohnt. Ich dachte, das hat sich voll nicht gelohnt, so eine Scheiße hier und dann sowas. Äh, Holz, Holz kommt in die Kiste. So, Holz, Fichtenholz. Fichtenholz ist scheiße. Was haben wir hier? Dunkel, Schwarzholz noch. Wow. Ähm, nee, die können wir zum Sticky-Blaum benutzen, dieses Schwarzholz. Das brauche ich nicht. In Garagentüren können wir auch. Ach, da haben wir so noch eine Zimmermannstür. Glas baue ich mit so einen Stein rein. Äxte, ich habe ja voll viele Äxte. Puh, mit damit. Wenn ich gleich eh fahren gehe. Zack, das noch da rein. Die Kiste noch rein. Ah, Saatgut. Ist halt Baumsaat. Baumsaat gehört auch mit zu Saatgut. Kommt hier mit rein. Blaue Heidelbeere, okay. Ähm, ja. Glas kommt hier rein. Ist ja schließlich ein, äh, Material, was ich geschaffen habe. Andesitstein. Sand kommt dort rein. Eisen kommt dort rein. Äh, Kohle kommt dort rein. Obwohl Kohle brauche ich noch ein bisschen für ein paar Fackeln. Äh, Stickies. Bla, 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 bla. Pfeile, ja. Pfeile können auch rein. Was soll ich damit? Knochen. Puh, ja. Ist ja auch so gesehen ein Rohmaterial, ne? Ach, diese Sortierung hier ist katastrophal. Ähm, so krofteres Zeug. Die Garagentypen können hier noch mit rein. Äh, den Hammer brauche ich für unterwegs nicht. Der kann mit hier rein zu den Werkzeugen. Die Axt könnte ich brauchen. Den Schizzle brauche ich nicht. Den Schizzle brauche ich auch nicht. Äh, was auch mal. Äh, das können wir nicht wegwerfen. Das brauche ich auch nicht. Fensterscheiben können wir mal mit hier rein. Boah, Alter. So, jetzt haben wir es gleich. So, dann brauchen wir noch ein paar Stickies. Äh, da finden wir mal ein bisschen, so, die Hälfte an Dunkelholz mit. So, dann können wir uns ein paar Stickies, äh, paar Fackeln kroften. Ein paar Sticky. Hä, meine Stickies nicht so. Ach, hier muss ich erstmal, ja, genau. Ich muss hier erstmal, blub, blub, zack, Stickies. So, 64 Stickies, davon nehmen wir die Hälfte und machen daraus Fackeln. Okay, wir können eh nur 23 Fackeln herstellen. So, zack. So, Fackeln sind wir auch gut ausgerüstet. Dann können wir jetzt hier eigentlich auf Holzsuche gehen. Das, das finde ich, ist ein ziemlich guter Plan. Obwohl, ich, ich wollte hier gerade noch was anderes machen, ne. Ich, ich wollte hier, nein, ich brauch Holz. Jede Menge Holz eigentlich. Jede, jede, jede Menge Holz. Und zwar das richtige Holz. Nicht dieses blöde Fichtenholz hier, sondern das gute Holz. Und das war dort hinten gewesen, wenn ihr euch recht denn sind. Dort hinten, hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen. Da war es nämlich gewesen. Und, äh, ja, da, aber bevor ich losgehe, ich werde mir Nahrung mitnehmen. Ich brauche Nahrung von unterwegs. Ich brauche ein bisschen, ein bisschen Proviant, weil sonst geht es mir ganz schnell ganz schlecht. So, Erdbeeren sind doch wieder reif für eine Ernte. Zack. Ananas auch. Also. Ihr seid auch reif, ihr seid auch reif. Zack, zack. Die, ach, die sind auch reif, okay. Die noch nicht, die auch noch nicht. Ne, gut. Habe ich wenigstens ein bisschen was dabei, dann kann ich ja schnell das Zeug wieder anpflanzen. Äh, ich habe die Hacke doch gerade hier noch in der Hand gehabt. Da, ach, die ist doch auf zwei. So. Warum kann ich hier kein Feld hacken? Ähm, ja. Funktioniert mal wieder super. Ist das das richtige Werkzeug? Holzhacke. Ne, Holzaxt. Uh, ja, keine Hanke. Ich bin auch blöd. Ne, gut. Dann nehmen wir das Zeug halt zum Fressen mit. Würde nichts hier mit anbauen. Ne, dann gehen wir das Zeug zum Fressen mitnehmen. Und werden jetzt auch aufbrechen in eine neue Welt, um ein wenig, ähm, ja, Holz zu farben. Würde sagen, wir starten jetzt durch. Und sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss. Ja, Leute. Jetzt, nachdem wir komplett ausgerüstet sind, das Grund links erledigt haben, uns entschieden haben, wie wir unseren Bau hier fortsetzen, wird es Zeit aufzubrechen, ein wenig Holz zu farben. Und zwar nicht blödes Fichtenholz, sondern auch mal ein bisschen normales Holz. Damit wir auch mal mit ein paar unterschiedlichen Farben arbeiten können. Und ich würde sagen, wir erkunden damit auch ein wenig weiter die Gegend. Und schauen mal, was uns hier noch so alles erwartet. Und vor allem würde ich mir noch gern ein bisschen Magic Holz holen, um damit unsere Hütte ein klein wenig zu verschönern. Naja, ich breche jetzt mal auf und würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge von Let's Play Minecraft live in the Woods mit eurem Twin Force. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.